Theodore Samuel Motzkin, Stern 26. März 1908 in Berlin, 15. Dezember 1970 in Los Angeles, war ein US-amerikanischer Mathematiker russischer Abstammung. Die Motzkin-Zahlen und das Motzkin-Polynom, sowie die V-Rier-Motzkin-Elimination sind nach ihm benannt. Seine Arbeiten stammen aus den Feldern der linearen Programmierung, Konvexen-Geometrie, Kombinatorik, Algebraischen-Geometrie, Zahlentheorie oder Funktionentheorie. Er war der Erste, der die Existenz von Hauptidealringen nachwies, die keine euclidischen Ringe sind, Z1 plus 19 2 backslash Display-Style backslash matup Z backslash left backslash frag 1 plus backslash SQRT minus 19 2 backslash right war sein ursprüngliches Beispiel.